hallo zusammen hallo freunde heute mache ich ein open cup mit zwei kleinen offenen becher und ich habe noch farben übrig vom letzten video ich kann es kurz sagen es ist königsblau turkise grün pyrol rot ein ganz komisches rot kupfer gelb grün weiß und schwarz ich habe ja silikon 500 drin ich habe cell creator und bubble booster rein gemischt in die farben außer in weiß und schwarz und da würde ich sagen lasst uns starten schaut euch an ich lasse wieder musik laufen ich konzentriere mich auf das bild ihr könnt euch auch auf das zuschauen konzentrieren da wir jetzt doch langsam schon groß internationales publikum sind müssen immer viel untertitel lesen so ist manchmal auch besser also gut dann lasst uns starten bis gleich so 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 so